Ja, ich bin gerade noch ein bisschen rumgerannt, noch ein bisschen gegrindet. Und aus Versehen die nächste Story nimmt. Yay, dann spielen wir einfach noch rund weiter. Yay, yay, yay. Bambadau, bambadau, bambadau. Ja, ja, so, muss ich jetzt irgendwas laberen. Ja, so. Ja, okay, das ist ein bisschen schwer. Das Rufen von Verstärkung kostet keinen Zug. Oh, das ist eigentlich recht geil. War echt munter. So. Was ist denn mit dir? Ja. So, da gucken wir mal. Ich will 8, yay. Ähm, ja. Ich glaube, ich renne jetzt einfach nur rum und du... ...erst immer alle platt machen. Gute Idee. Generell. Ähm, so. Guck mal, Mo. Dann nehmen wir hier diesen hier und hier diesen da. Und dann sieht es schon ordentlich aus. Quasi. So. Achso, ich hab noch einer. Hm. Ja, muss man den halt lieber machen. Fertig. Gerade ein bisschen kacke hier. Hm. Hm. Ich müsste halt an die blaue drauf kommen. Komischer. Ja. 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 Ja genau, bau noch Maure. Halt sogar was aus. So. Deine Dohi. Dann gucken wir mal. Die machen nicht so viel Schade. Muss man probieren. So. Probieren wirs. So. So. Ah, perfekt. Ich bleibe genau an der Mauer hängen. So. Das heißt, ich kann Deine Doh. Ich sehe ich lieber wo Deine erst aktiviere. Das gibt hier ein knappes Häusche hier. Mit Dein Doh. So. Dann gucken wir mal, dass das so nicht ganz so knapp wird. Und wenn wir dem jetzt noch ein bissel eines draufhauen. Bestefall. Wie lange brauche die? Zwei. Perfekt. Dass das so nicht ganz so knapp wird. Hm, der denkt genau dasselbe. So, da, da. Alla gut. Dann holen wir mal ein paar Leid. Hm, 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 hm. Dann dann machen wir so. So könnten wir noch ein Mauer baue. So. Dann könnten wir auch noch ein Mauer bauen. So. Kann im Moment schlecht sind, ne? So. Mauer bauen. Mauer bauen. Und dann draufhauen. Bam, bam, bam. Alter, was soll denn das? Alter, was soll denn das? Das Gute ist halt, dass wir jetzt auf Dein Doh viel gehen und Dein Doh in Ruhe lassen. Und bauen halt Maura. Hm, hm, hm. Na ja. Pff, na ja. So. Das ist was bringt, aber. Pff. Was man hat, hat man, ne? Jetzt gucken wir mal. 38, 45. Ja, geilslang, nett. Hahaha. Backe Dusch. So. So. Mama Dohe. Mama Dohe. Mama Dohe. Und wenn der Adler weg ist, gibt's doch eh noch Mauer. Und die schiebt sich dann zusammen. Also perfekt. Alles geplant hier. Und die schiebt hier. Äh, hopp. Alles ganz glatt. Schade. So. Okay. Die Story. Und dann der River. Mauerbau brauchen wir nicht unbedingt. Oh, wo wir da? Warte mal. Oh. Okay. Es war sinnlos. Diese Mauerpfanne. Ach. Habe ich schon erwähnt. Das ist. Das ist die Toilette bei der Einheit. Oh. Warte. Ich muss schlafen. Na ja. Na ja. So ist es halt, ne? Ja. Oh. Du. 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 Batsch. batsch 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 und durch jawohl ja wie man sieht ich kann nicht mehr aufleveln außer mal zwei dingens dinge erledigt ja geil ich habe sieben jahren oder haufe andere steckbriefe übrig um es geht nun ab dem ich mache jetzt immer jetzt steckbrief also das ist kein steckbrief da war dann der andere hat irgendwo noch glatzkopf gestanden mit glatzkopf hat doch gestorne hallo ich glaube fakt ok wir haben zumindest mal platz gemacht waren wir schon hatte mal warte mal warte mal da unten ist doch noch da ist der level 12 fuzzi muss man probieren ja blablabla ist halt jetzt nur noch zwei level von war im vier level über uns das war ein bisschen das schieber trip das jetzt läuft ja warte 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 noch ein neuer schön sind die dual weg warte weg so wenn wir mal provisorisch schon mal weg das stege mehr so brauche aber doch ohne die blaue die blaue okay dann noch mal du angriff so hier ist das jetzt hat aber ja klar ajo klar dann machen wir schon mal drüber schleithole oder zwerg lau dabei geil gutti gutti dann gucken wir mal was die da oben machen nur scheiß ja die die adler greife finde ich jetzt nicht so geil ich finde den ritter der ist richtig richtig praktisch hat ordentlich power macht noch unterwegs ein bisschen zeit kaputt voll geil so jetzt mal den immer aktiviere noch ein mauer vorne dran dann sieht es doch schon ganz gut aus achte müssen dass die märze der adler schade schade der baut fleißig kette ja wohl ich schau jetzt irgendetwas kaputt so noch ein paar leid wird die mauer gebaut auch geil jawohl ja leicht läuft 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 kommt dann machen wir gleich gelber hin dann haben wir den die lich haben wir nicht genug gelbe ist so klar doch haben wir aber halt ich komme nicht drauf schade beim nächsten zug beim nächsten zug gucke ich dran gut ja ja wenn du nimmst auch nicht wieder alles scheiße wieso der war er war ja noch gar nicht so weit auch money machen wir da waren die scheiß drache kaputt wo hoffentlich krieg ich immer nur hitter fuzzi und nicht scheiße kacken trägst du das war dann das jetzt ja ich habe natürlich nicht geguckt vielleicht hätte ich es dann erklärt gerät aber das ist alles scheiße hier so die story ja ja ich fühle mich stolz schon irgendwie bist du verarscht denn so einfach weil ich es kann blöde wichsers schönes ding ins kaputt gemacht ich glaube es hackt oder was bisschen bisschen kriegt er schon aufs maul aber dann ist ja gut aller gut so 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 kommt die mama da rüber ja ich stelle mal dohi das hätte ich gleich machen sollen das wäre vielleicht besser gewesen weil der macht jetzt der macht jetzt den Sack zu oder nicht ok wenn du nicht willst ich habe kein Problem damit tja dumm gelauf er hat ein Jahr kaputt gemacht ich brauche gar nicht zu weinen Moment du mach mal so hin so oh geil ah nee lange nicht schön Moment der schluckt so ganz oder doch ah doch gibt noch eine mauer jawohl und dann wieder eine Leidruppe ach kokomodo hat jodou noch einer Bock zu kämpfen wahnsinn und dann wieder ein Leidruppe So, dann holen wir noch ein paar. Aigugumo, das ist so perfekt hier. Wie abgemessen. Das läuft ja mal sehr gut hier. So. Mit dem kann ich jetzt halt nichts mehr machen, mein Gott. Ein Schlimmeres. Der Doktor geht auch. Der Rode wird auch gleich paniert. Jawohl, ja. Außer ihr macht mir jetzt weg. Ne, geht nicht. Plupp. Ja, Kollege. Das sieht scheiße aus, fahr ich. Ups. Warum wollte ich das? Zack. Okay, dann bau mal du. Oh, Mauer, baue eigentlich. Braucht man nicht, aber hey, vierer Mauer ist. Ne. Mit Bau lieber du. Das ist gut. Das ist ja sogar. Fünfer Mauer. Okay. Gibt es halt fünfer Mauer. Äh, oder so. Oh, shit, der ist jetzt zwei. Ei, 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 ei. Ja, ja, jetzt baut er aber. Hat er in der Schießkrieg oder was? Je, ich glaube, es hackt oder was? Dann war es der Differ. Scheiße zum Baut. Der Spanner. So, ich hole jetzt zuerst nur ein paar Light. Genau so war es geplant. Genau so war es geplant. So. Ja. Alla gut. Wenn man die noch zusammensetzen, weil man es kenne. Und dann du auch noch. Von Not her. Yay. Das war der aber. Mal lieber Scholli, hey. Dann hat er ordentlich do Scheißdrecki gebaut, der Aff. Bringt jo gar nix mehr. Ich baue dem doch noch eine Mauer hin. Damit es aber nicht so ruschelt. Also pack mal ein bisschen Angriff dazu. Weißer Hammer net. Rufen wir halt die Finchleid her. So. Habt jo gar ne weh gedungen. So. Dann müsste die Weise jetzt. Obwohl er ne Futsi wieder platt mache. Jawohl. Dann setzen wir gleich mal auf Fettse River. Jo komm. Hol mal noch ein paar Light. Und mache gleich mal Platz. So. Das sieht aber jetzt schon deutlich besser aus wie ich vorhin. Der Adler. Das Adler. Guck mal, meine klar weg. Setz die Zweck Light drauf. Vielleicht schon mal wieder klick mit Light. So, so, so. Oh ja. Get better laver, ne? So, so. So, dann machen wir die dumme Stadt klar. So, so. Für ne weise Doh hätte ich gehen. Kann ich aber im Moment noch nix mit A fangen. Komm, mach mal. Ja, hopp. Komm, mach mal so. Mach mal so. Dann tue ich die gelbe Nivea setze. Und dann habe ich einer noch. Passt das schon. So, gelbe Nivea setze. Der weiße Grabsche. Dann aktivieren. Ja, jetzt kriege ich natürlich von dem Gauldo ordentlich aufs Maul. Aber hey, ich habe noch genug Scheiß drauf. So, so. Dann haben wir den Gauldo fertig. Und den Gauldo gleich rüberziehen. Ja, komm, Scheiß drauf nimmer. Ich hätte vielleicht eine gelbe tun, die ich nicht mehr kenne. Komm mal jetzt gleich. Blub, blub. Ja, ich habe gerade gerade so überlegt, ob ich den Adler und alles da nie versetzen soll. Aber pfff. Juuu. Oh, okay. Wie ist die Matente da? Ne? Na ja, klar. Jetzt wird er natürlich wieder Maure wie Großer. Yeah. So. 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 Steht doch gar keine. Man muss noch mehr. Ach was, scheiß. Doch drauf komm ich wohl? Jetzt. So. So. Sooo, dann würde ich gerne hier noch hinhaben. Du brauchst mal eine Mauer, weil wir es kennen. Sooo, sooo, sooo. Ja, klar. Natürlich, alles gemauert. Ja, 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 ja. Du, 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 du. Hm. Nun. So, weil ich es kann. So, so. Kann man wieder nicht die Gaul aktivieren. Ah, er kann nicht. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. Ah, 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 ah. Sooo, und dann machen wir. Ah, 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 ah. erledigt tata voll geil das ist aber ordentlich xp gewähr wohl 700 das rendiert sich so steckbrief so jetzt haben wir schon mal da sind kommen dann suche ich noch da hat irgendwo so glatze kippchen gestanden eigentlich noch so soll ich mal so jetzt auch kommt scheiß drauf ich kaff einfach aber jetzt kann ich so kriegen wie ich habe doch das geld ja ja aber jetzt erst mal 70 das ist schon geil für dich nämlich den blöden adler nämlich weg machen er nervt mich nämlich halten halt noch was nicht heilt ja so graus glatze mittel bereich immer noch es hat irgendwo rechts im eck gestanden ich weiß nicht wo ja auch mal noch der hat auch noch irgendwie was weiß ich doch richtig ich doch wieder nach was ich gerade helfen und ich mich verlob habe ich habe mich nicht verlob so da steht das glatze mädchen kommt in der mama noch oder so und kb truppe den ballrömmer weg aber irgendwie weg da hat er bestimmt der irgend so etwas dummes hat er doch stimmt vor oder ok level 2 sie ich gerade das ist nicht so geil du meinst du halt irgendwie ich bin wirklich gar kein Nö, ne? Ist doch doof. Ja, dann habe ich mal Ritterchen und dann kriege ich eine gleich wieder abgenommen. Ah, nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ja, hopp, dann hauen wir halt einfach drauf. So. Meine Idee ist jetzt, den Ritter aus der Schussbahn zu bringen. Zumindest mal hinter hinter ein paar Ja, machen wir. Super. So. Das machen wir so. Gleich vorbereiten. Geht nicht anders, da. So. Das Demo zumindest hinter ein paar Maure. Und die hauen jetzt natürlich nicht wie nix, ne? Nun ja. So. Was fand das? Aber ich kann da jetzt halt bauen. dann mache ich da lieber. Und dann kann ich deine Nothergleich aktivieren. Kann ja mal schlecht sein, ne? Und sobald dann der erste Ritter steht, ist schon mal die Halbarbeit gepackt. So. 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 und sobald dann, So. Ojeje Ich kenn's aber als sinnloser und erst mal das Ding aktivieren Sooo Mit ihren Kack-Knochen-Dinger wo sie da haben Ne, die übertreiben's halt schon, ne? Im Moment haben sie da kenn ich Ne, mal wieder ist vergift Was soll denn das? Gute Ich glaub's wackt So, einmal Mauer bitte Mal mal scannen Zweimal Mauer bitte Wenn er da dumme angreifen lassen Das ist automatisch vergiftet, oder was? Wann sie jemanden ergreifen Das ist ja mal Fieser Scheiß, ne? So, so Stohrnever Kommt Stohrnever Hier kommet du her So Das Gute ist halt, dass mein Ritter halt immer ein bisschen schade macht Und dann macht er zumindest die Mauer vor sich platt So wie jetzt Das ist schon recht praktisch So, was machen wir dann mit euch? Ich sag euch, was wir machen Ich mache doch erst mal Mauer Moment Moment Kann ich irgendwie was Das könnte nur rummauer ziehen Ja, warum nicht, ne? Zack Achso Weil ich so gut bin Ich glaube es sieht eh nicht gut aus Verdenne jetzt Aber sowas von überhaupt nicht gut Verdenne Ich würde mir so hart jetzt kaputt So Jo, 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 jo Siehste, haben wir den A Der Glatzymon 309 XP Das war jetzt nicht so viel So Haha Okay Huch Wieso rettet der noch? Wow Der Spruch wollte man jetzt noch unbedingt trinken Ne, ich würde jetzt da übrigens kein random kämpfen machen Habe ich nämlich kein Bock drauf Hä? Oh, das ist echt Ich hab doch gar nix hier Was ist das? Ey Was soll denn die Kacke jetzt? Ich will doch das scheiß Ding beenden Ey Eieieieieiei Dann machen wir den halt noch No problemo, Kumodo Kumodo Dass man da alles machen kann Dass man da alles machen kann Hahaha Okay Ja Dann Machen wir doch mal ein bisschen Platz Weil wir jetzt Weil wir jetzt natürlich auch Einer hinter die Mauer stellen So doof sind wir ja nicht So So Okay Ich spiel mal Noch einer dazu 3 2 3 3 Und wenn du noch einer dazu So Ist das nicht so arig? Wumst Kack 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 So Du verstehst ja doch recht gut Kack 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 wieder auferstehen nach dem tod einmal pro kampf 25 hp natürlich legen wir das nicht an obwohl er in der in der suchladung was das was jemand ist das so eine kacke ich verlarf mich hier andauernd so da waren wir noch vorhin schon man ich verlob so die scheiß kneipp das ist doch die kneipp oder was nicht doch im emel die kneipp man uns die stadt umgebaut oder was gut man jetzt kannst du an arbeit hier komm mal her hat er doch noch ein rätsel schon spitzwitz okay dann sag ich mir ach ne ich nie wird so scheiß drauf jetzt gehen wir noch gleich genug dass der blöd kneipp rauskommt ich kriege ich wieder die krisi er hat noch ein rätsel ne dann warten mutung okay dann so hat es noch ein bonus volk gibt für mich 94 wo ich gar nicht machen wollt alle haupt dann dann war es das mal verhaltet jo dann